was geht youtube und damit ein herzliches willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal meine freunde leute heute geht es mal um ein bisschen was anderes wir gehen rein in rank play ich habe bock in der nächsten zeit mal ein paar rank play klassen setups zu machen wie ich es in der vergangenheit mal öfters mal gemacht habe der hype ist auf jeden fall wieder da heute geht es um die well um die weltklasse ich habe hier mal ein bisschen was anderes eine kleine pusher klasse für euch fand ich auf jeden fall geil ist immer so ein bisschen mehr abhängig auf distanz ist sie nicht so geil aber man kann sie auf jeden fall mal ausprobieren ist wie ich erfahren habe tatsächlich auch die beste also mehrere creator haben auch genau das gleiche setup vorgeschlagen ich zeige es euch mal auf der deutschen sprache ja paar kurze einblendungen vielleicht im lauf des videos mal wie die sich spielt und ja leute an der stelle ist einfach mal gesagt wenn du dich für weiteren cod content interessiert darfst du mir gerne mal ein kanal ein abo da lassen und auch ein like wird mich freuen wir sind fast vor den 1000 abonnenten und ich würde sagen gehen wir mal rein in das klassen setup welches ich hier für euch habe well 46 lassen setup so ich weiß gar nicht ob ich in der vergangenheit nicht mal auch die welt 46 raus geholt habe ich glaube schon ich glaube da gibt es auch ein video ist aber ein bisschen älter ist aber nicht mehr aktuell eine neue season neue updates auf jeden fall wir haben hier aber den spiral v 3,5 oder 3.5 mündungsfeuer dämpfer hier im rank play kann man nichts tun anschließt einmal den edge 47 griff unter lauf man könnte hier auch den kommando vordergriff lauf nehmen aber ich habe hier beides verglichen und das geht nur ein bisschen auf die handhabung und auf die präzision weil ich hier mir die besseren stats deswegen habe ich mich für den entschieden das 30 schuss magazin den schlager soldier griff und einmal den sturm 60 schafft ich sage euch ganz ehrlich ich habe auch die erfahrung gemacht wenn man die das 30 schuss magazin wegnimmt und stattdessen ein visier drauf packt ist man ein bisschen präziser ist immer so ein bisschen typ abhängig ob man wie sie braucht oder nicht viele leute spielt ohne visier ich habe dieses mal auch einfach ohne visier gemacht wir haben trotzdem 40 schuss haben ein bisschen mehr schaden dementsprechend ein bisschen mobiler die schaden jetzt vielleicht nicht aber wir sind auf jeden fall bewegungstempo haben wir mehr zf geschwindigkeit wir sind einfach ein bisschen flexibel um ein bisschen besser zu pushen auf distanz könnte man so dann sogar auch mit einem visier gehen und ja friends an der stelle ist einfach mal gesagt ich danke dir fürs zu sehen gott der fliegelang geflogen auf jeden fall ich bedanke mich bei euch für zu möchte ich bedanke mich fürs zu sehen haut rein bis zum nächsten mal tschau tschau